Die scheinen sich zur Zeit über Besucher nicht gerade zu freuen. Wir sind hier bis in die Zähne bewaffnet. Ich bin eben immer gern gut vorbereitet. Was von der Neuer gehört? Sie hat gesagt, sie erwartet dich an der Statue am Marktplatz. Da sind wir wenigstens ungestört. Und wollen uns hier mit einer Freundin von uns treffen. Das machen wir doch mal. Aber. Zack. Können auch gern ein bisschen Fußball spielen. Was halte ich denn davon? Bäm. Na egal. Ähm. Ja. Dann gehen wir auf den Marktplatz. Checkpoint. Hallo Lara. Ist dir aufgefallen, dass die Straßen eben noch nicht leer waren? Und ich habe mich so bemüht, nicht aufzufallen. Ich hoffe, die fürchten sich vor mir und nicht vor etwas anderem. Hier ist nichts. Nur ein Haufen Tonscherben. Übersät mit den Leichen alter Freunde. Wenn ich geahnt hätte, wohin das führt, hätte ich dir nie von Bolivien erzählt. Und doch bist du hier. La Paz ist nicht so weit weg. Die Vergangenheit auch nicht. Lara! Geh! Ich komm nach! Wow. Was geht hier ab? Krass, der Action. Komm hier. Los, schieß mal. Jawoll! Hier ist noch so ein Pass. Kann ich jetzt anschießen? Jawoll, Mann. Durch Rabatt machen. So schaut's, Mann. So geht's. Da liegen Medi-Packs rum. Kann ich schon was gebrauchen? Na, ich warte noch ein bisschen. Ein, zwei Mal werde ich vermutlich getroffen. Vor allem, wenn ich hier so spiele, wie ich es gerade tue. BAMS, Mann. Huh. So, bisschen Munition ansammeln. Ey, das liefert gerade mal richtig gut. Ähm. Aber bist du für einer? Zieh mal die Cappy richtig, richtig rum an. Wie siehst du eigentlich aus? So, äh, nimm das doch mal. Und, komm mal oben hin. Komm, Junge. Keine Chance hier. Spricht dich um. Na, tut weh, ne? Kriegst du noch einen ab hier. Na, wo bist du? Komm runter. Haha. Oh, oh, oh. Wie kann ich eigentlich nachladen? Sachen machst du automatisch. Na gut, na gut. Okay, dann können wir noch ein bisschen, äh, Ammunition einsammeln und gucken, wie wir hier weiterkommen. Ich wechsle nochmal zu den Klassikern hier. Und, äh, ja, mehr als drei Medi-Packs können wir entscheidend nicht einsammeln. Das ist schade. Aber schön, dass wir uns hier mal ein bisschen rumsen lassen, ne? Wow, wie viele Medi-Packs hier rumliegen. Hat ja fast jeder eins fallen lassen. Äh, Ammunition ist voll. Dann können wir uns mal hier auf den Weg machen. Aber wohin? Können wir diesen, diesen Pole hier hochklettern? Ja, das geht. Fein, 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 fein. Ups, da liegt noch was. Ui, Pole Dance, Lara. Ah, okay, komm, lass mal, das ist echt schwach. Das ist echt schwach. Ja, genau. So. Schwing dich mal hier rüber. Und, ähm, sammle mal das Ding hier ein. Komm ich runter? Ja, theoretisch schon. Naja, egal. Aber hier das Ding wollte man mal hochklettern. So, und. Hüppah, jawoll. Ähm, da war jetzt ein Zeichen irgendwo. Irgendwo kann ich mich ja festhalten. Die Tür kommt jedenfalls nicht rein. Okay, wo auch immer ich mich gerade festgehalten. Ach, da oben. Okay, alles klar. Na gut. Äh, so, jetzt kam eine Granada. Ah. Auf das Ami, sich ziel zu werfen, drücken sie. Ah. Hm, hm, hm. Tja, jetzt müsste ich noch wissen, was die Waffe K ist. Ah, ich glaube, ich hab's gefunden. Huah, Volltreffer. Haha. Geil. Gib mir deine Grenade. Aber okay, hab ich, glaube ich, gerade auch ein bisschen Glück gehabt. So, nehmen wir die Waffe mit hier. Nein. Kann, kann, kann. Ja, das war schlecht. Ja, ich weiß. Ich hab eigentlich diese Taste hier gesucht. So. Hab ich jetzt. Ja, okay. Ich kann immer nur zwei Waffen haben. Ah, ich weiß nicht, ob ich die Schroppländer haben möchte, ehrlich gesagt. Ähm. So, hier haben wir auch mehr Munition. Heißt du was? Die nehmen wir auch jetzt direkt mal. Wow. Irgendwer snipert uns ja, äh, um. Okay, wir sind außerhalb der Reichweite, jetzt bin ich hier runtergefallen. Aber ich glaube, das war ganz gut, dass ich hier runtergefallen bin. Ähm. Ja, denkst du? Ist das hier ein Scheißhaus? Naja. Die, kann, die, dient, dient uns immerhin als Deckung. Wow, Alter. Wie kommen wir denn an den da oben ran? Scheiße. Lagt schnell danach, Lara. Sehr gut. Ach ja, Granaten. Ich vergaß. Feuer! Nein, ich bin nicht getroffen. Das, das, das muss ich noch üben. Ach so, ich dachte, das wäre kurz... Boah, Hilfe! Ähm, ich bräuchte mal das hier, danke. Ähm. So, den haben wir, dann fehlt noch der da, und dann sollten wir es eigentlich auch langsam mal haben. Ähm, schwache Performance. Lief vorher besser. Ähm. Das hat's jetzt vollgebracht. Na gut, ein bisschen schon. Äh, insofern, als dass wir jetzt vermutlich hier hochklettern können. Aber, na, okay. Lagen denn hier noch ein paar Mäh, die Kids rum? Das wäre ganz, ganz nett, muss ich sagen. Was ist denn hier noch so? Verwinkelte Straßen? Gibt's doch bestimmt Dinge. Hey, unsichtbare Wände, cool. Naja, warum auch nicht? Sie hätten eine so unelegant platzierte, unsichtbare Wand gesehen. Aber wollen wir mal nicht so sein. Okay, so geht's nicht. Komm, die Leiter hier hochklettern. Ja, geht. Hm, wäre echt toll, wenn hier noch einer Mediket hat, äh, fallen lassen. Okay, wir haben noch zwei Stück. Das geht noch. Könnt schlimmer kommen. Jetzt auch nicht lang. Ich hab grad was blinken sehen. Nee. Ähm, da oben können wir lang, ja. Aber wollen wir da lang, oder geht's unten lang? Das weiß ich halt nicht. Da oben. Brauchen wir das? Ich probiere mal hier, hier dran zu springen. Geht doch auch so. Oh, Mann. Das war aber eine knifflige Steuerung hier. Okay, wenn wir jetzt hier unten sind, dann schau ich mal, ähm, ob es hier unten weitergeht. Weil ich denk mal schon, ne? Klar geht's hier weiter. Nicht getroffen. Verdammt. Wow, wie ich aber auch voll auf die Granate gesprungen bin. Verdammt. Hm. Okay. Hm, naja, müssen wir die Stadt nochmal machen. Nicht so schlimm. So, ähm. Sag mal. Ja, würdest du vielleicht mal? Wie kann ich denn Ziele wechseln eigentlich? Ah. Wie hab ich das denn gerade gemacht? Ah. Sehr geil. Ah ja, so geht's auch. So, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich mich knien kann und damit ich irgendwie mal Deckung benutzen kann oder sowas. Na ja, man lernt nie aus. Okay. Schwach, schwache Performance bis jetzt, muss ich sagen. Meinerseits. Nee. Okay. Also, wir wollen ja die Waffe haben. Nein, Mann. Fuck. Quatsch, Mann. Okay. Nein, falsche Waffe. Die Waffe wollte ich haben. Na los, stirb schon. Na, es geht irgendwie nicht so gut hier. So, wie hab ich denn jetzt das Licht angemacht? Nein, Mann. Alter. Wie ging das Licht denn jetzt an? Okay, pass auf. Ich brauch mal kurz... Ich hab das Licht angemacht, aber ich weiß nicht mehr, wie. So nicht. Wie hab ich das Licht gerade angemacht? So. Okay, gut. Meine Güte, ja. Okay. Und zu weit weg. Die sind zu weit weg. Aber von hier aus... Der ist auch zu weit weg, Mann. Das ist doch scheiße. Erwischt. Okay, man trifft schon noch irgendwie. Aber halt nicht mehr so effizient. Okay, gut. Okay. Also eigentlich ist es gar nicht okay. Aber hier liegen ja zum Glück... ...die Dinge rum, die ich brauche. So. Okay. Wow. Alter. Ey. Meine Güte. Meine Güte. Also mit dem Zielen, das ist ja so eine Sache, ne? Hach. Ja, Granat nicht vergessen. Ja, die vergesse ich auch immer. So, jetzt... Ne. Ach, okay. Das ist scheiße hier. Ich brauch mal hier... ...mehr... Nein, Mann. Ich drücke immer so, als von die falschen Knöpfe. Verwechsel immer normalen Schuss mit... ...mit der Granate. So. Jetzt will ich mal die Waffe wechseln. Und von hier aus... Ähm... Na. Mach mal so hier. Nein. Wieder falsche Taste. Na, komm schon. Verweg endlich. Nicht... Oh, ja, komm. Weg hier. Alter. Oh, Mann. Ey, das geht ja gar nicht. Uuh. Ne, ey, da... Ein hoch auf die moderne, ähm... Schusssteuerung mit... ...mit Gamepad. Also, da hat sich richtig was getan. Und zwar richtig sinnvolle Dinge. Ja, du hast gar nichts, ja. Oh, Mann, ey. Ah, los, treff schon, Mann! Von da aus treffe ich sie halt nicht. Was passiert ja nicht, wenn ich jetzt hier hochkletter. Irgendwie gar nichts. Ich muss mal in eine bessere Situation kommen. Position, meine ich. Ich bin an dir dran! So, zum Beispiel. Das lässt sich aushalten. Was war das denn gerade? Und du so? Kommst du nur her? Ich hatte ja keine eingeladen auf die Party. Da ist doch noch irgendeiner. Scheiße, in zwei. Wie soll ich den da oben nicht gesehen? Verrecke! So, geht doch. Geht doch. Ähm... Dann kann man das auch mitnehmen, hier. Okay. Verrecke! Scheiße, Mann! Okay. What? Alter, wie viele sind denn hier, Mann? Lektion, Lektion! Nicht, wenn ich euch zuerst umlege. Benutzen mit E? Ja, das ist schön. Ach so! Motorrad oder was hier? Ja, ja. Kommt sofort. So, wir brauchen einmal das hier. Dann brauchen wir das hier. Wenn ihr noch mehr Medipix rum... Medipax rumlegen, dann nehme ich hier natürlich auch noch mit. So. Das ist der Fall. Meine Güte, das war aber auch knifflig gerade. Hab wahrscheinlich wieder tausende Artefakte übersehen hier. Geht doch bestimmt noch eine ganze Menge. Hier hinter dem Haus oder so? Nee. Naja. Pech gehabt. Dann hab ich halt ein paar übersehen. Was soll's. Ich will halt jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden. So. Anaya hat eben angerufen. Sie wird schon Serien anverfolgt. Saki, ich bin unterwegs. Okay. Jawoll. Ab mit der Ducati. Äh. Bewegungstasse. Rückwärts, um zu bremsen. Ah. Okay. Kann ich noch irgendwas machen? Ah, schießen. Warte mal kurz. Fahr mal zurück. Ich seh keinen Timer. Solange es keinen Timer gibt. Ja, ich weiß. Ich muss umdrehen. Ja, ich weiß. Laura, ich hab eine Eier verloren. Die Leitung ist tot. Ich glaub, ich hab einen Schuss gehört. Krass. Okay, es gibt einen Timer. Ja, wäre nicht schlecht, wenn du mich das wissen lassen würdest. Ich wollte mich eigentlich nur mal umschauen. Wegen der ganzen Artefakte, weil ich bin überzeugt, dass es hier was zu holen gibt. Okay, dann müssen wir jetzt richtig Gas geben. Ähm. Mal gucken, wie gut ist das hier so gelingt. Jawoll. Alles klar. Ab vorm Pöller. Nee, lieber nicht. Okay. Schauen wir uns mal an, wie nötig oder unnötig hier diese Dinger sind. Also diese, diese Motorradtouren. Bis jetzt macht es nur noch Spaß, aber, ähm, das könnte sich relativ schnell ändern. Wow. Wow. Alles klar. Komm hier, den kriegen wir. Okay, macht Spaß. Bis jetzt macht Spaß. Aber, äh, wir sehen mit G ist, äh, das beste Ziel an, während sie feuern. Okay. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Ich weiß halt nicht, wo G ist, ne? Aber egal, ich, ich visiere, ähm, visiere halt irgendwas mal an. Okay, alles klar. Ich glaube, das war alles, was ich wissen musste. Ich kann auf dem Moppet hier gerade keine Medi-Packs einsetzen. Komm, Junge, verrecke. Ah, scheiße, ich hab ein paar, ich hab einige verpasst gerade. Mist. Ah, komm schon. Willkommen länger noch. Kann ich doch einfach überholen? Oder hier so reinfahren? Wäre doch auch was. Oh, mal ne Maßnahme. Wow. Aber bitte nicht nochmal alles von vorne. Sag mir, dass ich durch irgendeinen Checkpoint gefahren bin. Natürlich bin ich das nicht. Natürlich bin ich das nicht. Oh, Mann. Alles klar. Ja, ja, ist ja gut, Mann. Raste doch nicht so aus. Okay. Ähm. Okay, hat mir jetzt nichts gemacht. Keine Energie gekostet. Aber irgendwie, ich meine, oh, ein paar Checkpoints hier wären schon nicht schlecht. Aber ich bin echt verwöhnt, ne? So was so... Ja, klar. Ähm. Was so moderne Steuerung und so weiter betrifft. Und wie zum Teufel hätte ich das gerade treffen sollen, dieses Teil? So. Der war nicht so schwer. Komm, Leute, nehmen wir mit hier. Wow. Hä? Habe ich jetzt gerade das nicht eingesammelt? Oder wurde mir gerade sofort wieder neue Energie abgezogen? Was ist da gerade passiert? Ich habe jedenfalls keinen großen Energiegewinn gehabt. Ich kann doch Medipacks einsetzen, sehe ich gerade. Ich dachte, ich kann das nicht. Nicht, wenn ich euch Pisser zuerst töte. Ah, schade. Ich wollte eigentlich jetzt hier die Sprungschanze nehmen. So ein bisschen cool ist es ja schon. Hier so diese... Ups. Mist, Mist, Mist. Ich brauche dringend... Oh oh. Ich brauche mehr Medipacks. So diese Highspeed-Baller-Action. Ein bisschen Spaß macht es ja schon. An dem Ding bin ich eben gescheitert. Jetzt geben wir mal wieder ein bisschen Gas. Kann ich eine Granate werfen? Ne. Sag mal, dass ich es geschafft habe jetzt hier. War es das? Oder kommt jetzt noch das Grande Finale? Nein. Äh, ja. Sofort. Und. Yes. Geil. So, da war jetzt hoffentlich mal ein Checkpoint bei. Ne? War doch bestimmt. Oder? Oder, oder? Wow. Wow. Feuer eröffnen. Eröffnet das Feuer. Killt die Schlampe. Tut es nicht. Wow. So, Junge. So, das ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Jetzt gebe ich ein bisschen Gas. Weil ich hole mir... ...dich nämlich jetzt. Oh, scheiße. Die sind doch direkt zu dritt hier. So einfach ist das jetzt hier auch nicht. Scheiße. Mir geht gleich die Energie aus. Zerreckt endlich, jetzt meine. So, das hat gerade gescheppert. Wow, 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 wow. Oh, scheiße, Mann. So, jetzt brauche ich dringend, dringend etwas Energie. Da zum Beispiel. Jawoll. Boah. Geil. Das kam gerade wieder rufen. Ah, ja. Ist ja gut, Mann. Wie man aber auch hier angehalten wird, schnell zu fahren. Boah, das ist aber eine ziemlich lange Strecke, muss ich sagen. Also mir kommt es gerade ziemlich lang vor. Checkpoint, was? Jetzt erst? Was kommt denn da noch? Naja, wenigstens haben wir noch Medikill abgegriffen. Und so, jetzt Gas geben. Gas geben. Was ist das da? Was ist das denn? Was sind das für riesige Lastwagen? Ein bisschen überproportioniert, meint ihr nicht? Ja, ist klar. Ja, geht's hin, Lara, ey. Das ist witzig. Komm, drauf hier. Mach mal einen auf Nightwider.